Frank Mühe, geboren 17.09.1974 in Hattingen, wohnhaft in Bergisch Gladbach, verwitwet, Gärtnermeister und Inhaber einer Gärtnerei, seit dem 5. Januar 2009 in Untersuchungshaft in der JVA Köln. Der Angeklagte kam dahinter, dass seine Ehefrau Kerstin Mühe ein intimes Verhältnis mit Erik Reingold, dem Mann ihrer Cousine, unterhielt. Weil er seine Frau in der Nacht zum 3.1.2009 bei Erik Reingold vermutete, begab sich der Angeklagte zu dessen Haus in Bergisch Gladbach und drang mit einem Nachschlüssel in das Gebäude ein. Als er seine Ehefrau dort fast nackt und schlafend im Bett von Erik Reingold vorfand, packte ihn die Wut, ergriff nach einem Kissen und drückte seiner Frau auf das Gesicht, um sie zu töten. Als diese kein Lebenszeichen mehr von sich gab, flüchtete der Angeklagte Kerstin Mühe, verstarb infolge akuten Sauerstoffmangels. Der Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß §211 StGB. Herr Mühe, es steht Ihnen frei, ob Sie sich zu dem Vorhof äußern wollen. Wollen Sie? Ja, das will ich. Aber ich habe die Kerstin nicht erstickt. Ich wusste ja noch nicht mal, dass ein Verhältnis mit Erik hat. Haben Sie gewusst, dass sich Ihre Frau in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar 2009 in dem Haus aufgehalten hat, in dem die Cousine Ihrer Frau, also die Diana Reingold, mit deren Ehemann Erik lebt? Nein. Zu mir hat sie gesagt, sie wollte in der Stadt mit ein paar Freundinnen was trinken. Und ich habe gedacht, sie übernachtet dann auch bei einer Freundin. Haben Sie denn einen Schlüssel zum Haus der Reingold? Nein. Naja. Wer auch immer Ihre Frau getötet hat, der Mühe, wissen Sie, der muss einen Schlüssel gehabt haben. Es gibt keinerlei Einbruchsspuren. Ich habe aber keinen Schlüssel. In Ihrer Schubladen, in Ihrem Haus, da haben wir einen ganzen Satz Repliken von Schlüsseln gefunden. Und zwar von den Schlüsseln, die sich am Schlüsselbund Ihrer Frau befinden. Auch ein Schlüssel für das Haus der Reingold. Denn Erik Reingold hatte Ihrer Frau ja zuvor einen Zweitschlüssel gegeben gehabt. Was weiß ich. Vielleicht hat Kerstin das selber nachgemacht, weil sie Ihre so oft vergisst. Oder Sie haben den kompletten Schlüsselsatz nachmachen lassen, um Ihrer Frau besser nachkontrollieren zu können, nachspionieren zu können, weil Sie einfach tierisch eifersüchtig sind. Nein, das habe ich nicht. Und dann haben Sie Ihre Frau gesehen, nackt im Bett von Herrn Reingold. Da sind Sie ausgeflippt, durchgedreht und haben Sie letztlich mit einem Kissen erstickt. Nein, ich war das nicht. Ich habe es nicht getan. Was gibt es denn? Diana, was ist los? Verzeihen Sie bitte. Die Dame sagte, sie wäre heute hier geladen. Ja, Sie sagten Diana. Das heißt, Sie sind Diana Reingold. Frau Reingold hat sich bei uns gemeldet. Sie behauptet, sie wäre auf dem Weg zum Gericht von einem Wagen verfolgt worden. Und dieser habe versucht, sie von der Straße zu drängen. Oh Gott, ist da was passiert? Ich bin Ihnen gekommen. Frau Reingold, das war doch nicht der erste Anschlag auf Ihr Leben, oder? Nein. Frau Reingold, wir werden uns gleich darüber unterhalten, aber jetzt sollten Sie sich zuallererst mal etwas beruhigen, ja? Aber ich will doch hier auch sagen. Ja, warten Sie einfach draußen, bis ich Sie aufrufe. Sie haben ja ganz offensichtlich Angst. Der Polizeibeamte kann bei Ihnen bleiben, ja? Der wird auch auf Sie aufpassen. Da kann ja auf keinen Fall was passieren, ja? Also wir sprechen uns gleich wieder. Sie wird aber geschützt jetzt. Ja, klar, sage ich doch gerade. Der Polizeibeamte passt schon auf. Machen Sie mal keine Sorgen hier. Herr Vorsitzender, vielleicht darf ich diesen Zwischenfall gleich mal zum Anlass nehmen, ihm zu sagen, dass ich davon ausgehe, dass der Tod von Kerstin Mühe nichts mit der Eifersucht meines Mandanten zu tun hat. Hier geht es rein ums Geld, und zwar genau gesagt um 1,7 Millionen. Und was ist das für Geld? Das ist die Summe, die die Tante von Diana Reingold, also Frau Theresa Heise, an Frau Diana Reingold und ihren Cousin Benjamin Heise vererben wird, wenn sie stirbt. Und Frau Heise ist vor kurzem ins Krankenhaus gekommen und so wie es ausschaut, wird sie da auch nicht mehr rauskommen. Ja, und kurz nachdem das bekannt war, ist Frau Mühe gestorben. Auch sie sollte erben. Das heißt, Sie denken, es versucht jemand, die Erben auszuschalten? Ja, ich denke mir, dass hier es einer aufs Alleinerbe abgesehen hat und versucht, solange Frau Heise noch lebt, natürlich so viele Erben wie möglich auszuschalten. Und haben Sie da einen konkreten Verdacht? Sagen wir so, neben den drei Verwandten hat Frau Heise auch noch einen Bekannten als Erben zu gleichen Teilen eingesetzt. Und dabei handelt es sich um Gunnar Seiler. Und ich meine, dieser Mensch geht für das Alleinerbe sicherlich über Leichen. Ja, also diesen Herrn Seiler haben wir auch als Zeugen geladen. Vielleicht können wir dann mit ihm über diese Theorie sprechen. Ja, bleiben wir bei Ihnen. Herr Mühe, in Anbetracht der neuesten Entwicklung, wäre ich dafür, dass Sie vorerst keine weiteren Angaben zur Sache machen. Ich würde zunächst noch gerne abwarten, was Frau Reingold uns erzählt über den neuesten Anschlag. Ja, gut. Dann nehmen Sie bei einem Verteidiger einen Platz. Wir treten die Beweisaufnahme ein. Dann geben wir der Frau Reingold auch noch ein bisschen Zeit, dass er sich weiter beruhigen kann. Und wir reden mal erst mit Ihrem Mann Erik Reingold, bitte. Herr Reingold, guten Tag. Ja, guten Tag. Dann nehmen Sie mal bitte Platz. Als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Erik Reingold, 38 Jahre alt. Sie wohnen in Bergisch Gladbach. Sie sind verheiratet, allerdings getrennt liebend. Anästhesist, verwandt oder verschwägt mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Ich weiß nicht. Also Kerstin war ja die Cousine von meiner Frau Diana und Frank war mit ihr verheiratet, also wahrscheinlich verschwägert. Verschwägert, ja, aber entfernt. Also nur enge Verwandte oder enge Verschwägerte haben Zeugungsverordnungsrecht. Sie müssen natürlich aussagen. Jetzt haben Sie uns schon mal erklärt, wie Sie da dazu standen. Vielleicht erzählen Sie uns eher mal, wie Sie zur Ehefrau des Angeklagten standen. Ja, Kerstin und ich, wir hatten halt ein Verhältnis seit gut sechs Monaten, bis sie dann gestorben ist. Jetzt ist Kerstin Müller in Ihrem Ehebett getötet worden. Wo war denn Ihre Frau zu dem Zeitpunkt? Meine Frau hat das Haus verlassen. Wir haben an dem Abend wieder gestritten. Und sie ist dann zu ihrem Cousin Benjamin gerannt, um sie dort auszuheulen. Und dann habe ich, mag jetzt vielleicht sich makaber anhören, aber ich habe dann Kerstin angerufen, ob sie nicht zu mir rüberkommen möchte. Ich versuche mich jetzt gerade mal ein bisschen da reinzudenken. War das nicht riskant? Ihre Frau ist ja einfach nach einem Streit so aus dem Haus. Hätte die nicht jederzeit auch zurückkommen können? Nee, nee. Also meine Frau ist nie nach einem Streit wieder sofort zurückgekommen. Das war ihre Art, mich dann zu bestrafen. Und mir war auch klar, dass sie dann direkt von dort in die Arbeit fährt, weil sie hat ihre Tasche mitgenommen, frische Kleidung für den nächsten Tag. Und wann ist dann Kerstin Mühe an dem Abend des 2. Januar zu Ihnen gekommen? Das war so gegen 21 Uhr. Und es blieben dann zwei Stunden, bis ich dann zur Nachtschicht musste. Sie mussten zur Nachtschicht. Von wann bis wann ging denn Ihr Dienst? Von 23 Uhr am Abend bis in der Früh um sieben. Als Sie das Haus verlassen haben, haben Sie da vielleicht jemanden gesehen? Nee, also mir ist auch nichts aufgefallen. Und nach Ihrer Nachtschicht sind Sie dann direkt wieder nach Hause? Ja, ich wusste ja auch nicht, dass Kerstin noch da ist. Sie wollte eigentlich nur noch ein bisschen schlafen und dann nach Hause fahren. Und ich bin dann rein und habe ihre Sachen in der Diele gesehen. Und naja, dann habe ich mich in ein Schlafzimmer aufgeschlichen und habe mich zu ihr gelegt. Und dann habe ich gemerkt, dass der Körper ganz schön kalt war. Vielleicht können Sie sich gerade mal die Bilder hier an der Tafel ansehen. Haben Sie sie so auch vorgefunden, die Kerstin Müh? Nein, also nicht ganz. Wo ich mich zu ihr gelegt habe, ist sie auf der Seite gelegen. Und deswegen dachte ich ja eigentlich auch, dass sie schläft. Ich habe sie dann auf den Rücken gedreht, um zu gucken, was mit ihr los ist. Also, das hätte ich dir wirklich nicht zugetraut. Ich meine, ich weiß ja, wie du es sein kannst, aber das hätte ich dir nicht zugeraut. Ich habe es doch nicht gemacht. Ich war es doch nicht. Weißt du eigentlich, weißt du, was das für ein grausamer Tod ist? Na, na, bleiben Sie mal ganz schön sitzen. Weißt du das? Hallo, Herr Weingold. Wie lange hat es denn gebraucht, bis Sie tot waren? Ich habe es nicht getan. Wie fest hast du dir zudrücken müssen? Herr Weingold, bitte schön. Sie werden jetzt mal sich hier ordentlich verhalten, bitte schön. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Sie hier aufstehen. Hallo, hören Sie mal her. Ja, und es gibt noch weniger Grund, dass Sie nicht mal hinhören, wenn ich Ihnen eine Anweisung hier gebe. Haben wir uns damit verstanden? Ja, Entschuldigung. Was ist denn das für ein Benehmen hier, bitte schön, vor Gericht? Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Sie wüssten, wie er sein kann. Wie haben Sie das gemeint? Ja, es ist halt sehr eifersüchtig. Und woher wissen Sie das? Ja, ich habe es in meinem eigenen Leib erfahren. Eine Woche, bevor Kerstin gestorben ist, ist der Herr in mein Haus eingedrungen. Es stimmt doch gar nicht, die Tür war doch offen. Die Tür war zu. Was wollten Sie denn überhaupt in dem Haus? Ja, mal mit Eric reden halt, von Mann zu Mann. Und was hatten Sie beide zu besprechen? Ich wollte halt wirklich jetzt mal von ihm konkret wissen, was da jetzt los ist. Ob er und Kerstin halt ein Verhältnis haben, ob sie miteinander schlafen. Also waren Sie doch eifersüchtiger Mühe, oder? Nein. Mir ist halt nur aufgefallen, dass Kerstin in letzter Zeit nicht mehr so oft zu Hause ist manchmal. Und irgendwie benehmen die beiden sich komisch. Da wollte ich halt wissen, was los ist. Ja, und wie ist das Gespräch dann gelaufen? Frank war stocksauer. Stocksauer ist doch Quatsch. Er hat nur ganz sachlich miteinander geredet. Ja, du bist wie ein Vorschlag, haben wir gewesen. Aber was ist denn gesprochen worden überhaupt? Ja, er kommt rein und fragt mich, ob ich mit seiner Frau schlafe. Und was haben Sie ihm darauf geantwortet? Ja, dass ich ihm diese Frage nicht beantworten werde. Also haben Sie Ihr Verhältnis weder zugegeben noch abgestritten. Ist das richtig, Herr Reingold? Und daraufhin ist er natürlich noch wütender geworden. Und dann habe ich ihn gebeten, das Haus zu verlassen. Das hat er dann auch getan. Nur draußen hat er sich dann nochmal rumgedreht. Du wirst dein blaues Wunder noch erleben. Ich habe halt nur gemeint, wenn die wirklich ein Verhältnis haben, dann halte ich doch natürlich auch nicht meine Klappe. Dann erfährt das seine Frau nämlich genauso. Haben Sie mit seiner Frau darüber geredet? Nein, ich wusste ja jetzt noch nicht, ob sie jetzt wirklich was miteinander haben oder nicht. Hat es ja nicht zugegeben. Wo in Ihrem Haus hat denn dieses Gespräch stattgefunden, Herr Reingold? Ja, eigentlich im ganzen Haus, weil ich habe aufgeräumt und er ist mir nachgelaufen. Waren Sie irgendwann auch vor der Schlafzimmertür? Ja, bestimmt. Hat der Angeklagte die Schlafzimmertür auch angefasst? Das kann ich nicht sagen. Ich habe mich da auf jeden Fall gegengelehnt und bestimmt habe ich mich auch auf der Klinke abgestützt. Das weiß ich nicht. Also da habe ich nicht darauf geachtet. Herr Reingold, müssen Sie auch nicht. Der Angeklagte muss ja hier irgendeine Lösung finden, wie er uns seine Fingerabdrücke auf dieser besagten Schlafzimmertür erklären kann. Und deswegen sagt er uns, das war vom Anlehnen. In Wirklichkeit stammt es aber daher, dass er durch das Schlüsselloch durchgeschaut hat. Ich habe doch nicht durchs Schlüsselloch geguckt. Gucken ist ein gutes Stichwort. Gucken Sie mal davor zu der Tafel. Gucken Sie mal dahin. Da habe ich zwei Bilder vorbereitet. Wir haben hier einmal ein Bild, schauen Sie mal, von der besagten Tür. Zwei Bilder besser gesagt. Auf diesem einen Bild haben wir die Fingerabdrücke sichtbar gemacht mit Fingerabdrucksmitteln. Und diese Fingerabdrücke hier, die stammen letztlich vom Ehepaar Reingold, von der Putzhilfe, aber eben auch von Ihnen. Und gucken Sie mal hier, ich habe die nochmal isoliert. Das sind Ihre Fingerabdrücke, die auf der Tür drauf sind. Sie haben sich ja richtig Mühe gegeben, Herr Staatsanlein. Nicht, weil ich ungern möchte, dass am Ende noch Fragen übrig sind. Fragen dann, Frau Verteidiger, wenn Ihr Mandant heute verurteilt werden wird. Jetzt schauen Sie mal, diese Fingerabdrücke von Ihnen, Herr Mühe. Wenn ich die jetzt hier auf das Foto halte, wo wir keine Fingerabdrücke sichtbar gemacht haben. So. Dann sieht man, wie Sie Ihre Hände gehalten haben. Gucken Sie mal hin. Kommt so ein Abdruck zustande, wenn man sich mal gemütlich an die Tür anlehnt beim Reden? Oder ist es nicht eher so, gucken Sie mal, was ich mache, wenn man hier die Tür hat, durch das Loch durchgucken möchte und seine Hände drauflegt, um dann durchzuschauen. Letzteres, obwohl wahrscheinlicher, Fingerabdrücke daher, dass Sie durch das Schlüsselloch durchgeschaut haben. Ich habe es nicht gemacht, ich habe nicht durchs Schlüsselloch geguckt. Sie haben, so verstehe ich Sie, eine Woche vorher geredet und dann mögen Sie auch an der Tür gelehnt haben. Aber am Tattag, da haben Sie durch das Schlüsselloch durchgeschaut und da stammen Ihre Fingerabdrücke her, Herr Mühe. Später war ich doch gar nicht mehr in dem Haus drin. Du warst da. Und als ich in die Arbeit gefahren bin, bist du rein und hast Kerstin erstickt aus Eifersucht. Ich war aber nicht eifersüchtig. Nein? Was sollte dann dein Auftritt bei mir? Und Kerstin hat mir auch erzählt, dass du sie ständig irgendwo, überall kontrolliert hast, dass du immer hinter ihr hergefahren bist. Ich habe doch Kerstin nicht kontrolliert, das stimmt doch gar nicht. Sie hat mir gesagt, dass wenn sie irgendwo hinfährt, sie immer das Gefühl hat, dass irgendjemand hinter ihr herfährt. Und dass sie hundertprozentig davon überzeugt ist, dass du das bist. Aber nur weil Frau Mühe sich verfolgt gefühlt hat, heißt das doch nicht, dass der Verfolger mein Mandant ist. Vielleicht war es ja der gleiche Typ, der ihre Noch-Ehefrau heute zum Gericht verfolgt hat. Wer, was, wie, Diana? Wir haben sie draußen nicht gesprochen. Ich habe sie nur kurz gesehen, aber seitdem sie von Kerstin und mir weiß, sprechen wir nicht mehr miteinander. Also jedenfalls soll jemand versucht haben, ihre Frau auf dem Weg zum Gericht von der Straße abzudrängen. Und ich meine, dass dieser jemand Gunnar Seiler ist. Ja, wie, ist alles okay? Wie geht es ihr denn? Also sie hat zwar einen recht aufgelösten Eindruck gemacht, aber körperlich schien sie mir eigentlich unversehrt. Aber wir werden ja gleich jetzt mit ihr reden. Gibt es denn noch Fragen? Herr Reingold, da nehmen Sie mal bitte den Platz, bleiben unvereidigt. Diana Reingold, bitte. Ich weiß nicht draußen, falls was ist. Ja, wunderbar, danke schön. Herr Reingold, komm doch bitte mal nach vorne. Diana, was ist hier? Ist alles okay mit dir? Frau Reingold, nehmen Sie Platz. Sie nehmen bitte auch da hinten Platz, Herr Reingold. Und dann belehrt ich Sie zunächst mal, dass Sie als Zeugin hier vor Gericht noch nicht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Diana Reingold, 36 Jahre alt. Sie wohnen in Bergisch Gladbach. Sie sind verheiratet, zurzeit allerdings getrennt lebend, Betreiber in einer Boutique. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Geht es Ihnen besser inzwischen? Ja, danke. Ich war immer ziemlich fertig mit den Nerven. Na, ich denke, nach dem, was Sie uns vorher gerade erzählt haben, kann das jeder verstehen. Wissen Sie, ich bin schon nicht mit der Trennung von meinem Mann zurechtgekommen. Und jetzt passieren hier noch diese ganzen Sachen hier. Gerade eben auf dem Weg zu Ihnen. Und plötzlich ist jemand mit seinem Wagen auf der Landstraße hinter mir hergefahren. Und ich dachte ja zuerst, ja gut, derjenige wollte vielleicht überholen. Aber dann habe ich gemerkt, dass er versucht hat, mich von der Fahrbahn abzudrängen. Und ich habe so mit der Angst gekriegt und habe beschleunigt. Ich bin dann auch entkommen. Haben Sie denn den Fahrer und den Wagen erkennen können? Es war ein roter Wagen. Das habe ich erkennen können. So ein roter Sportwagen. Das Kennzeichen, das habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß ganz genau, dass Gunnar Seiler auch so einen Wagen fährt. Das Gesicht habe ich nicht vom Fahrer erkennen können. Die Sonnenblende, die war nämlich heruntergeklappt. Und hat es auch noch andere Vorfälle gegeben? Ja, vor einigen Wochen. Da ist jemand um mein Haus geschlichen. Und dieser jemand hat versucht einzubrechen. Und er hat dann eine Scheibe eingeschlagen. Gott sei Dank ist er nicht in das Fenster eingestiegen. Weil der Hund von einer Bekannten vor mir, den ich betreut habe, der hat so laut gebellt, dass der Einbrecher dann geflüchtet ist. Frau Reingold, bitte erzählen Sie uns auch noch von dem Vorfall im Wald. Da hat man auf mich geschossen. Es war der 11. Januar. Ich war an dem Wald joggen. Und plötzlich hat es so einen lauten Knall gegeben. Und vor lauter Schreck, ich hatte solch eine Angst gehabt, bin ich hinter einem Holzhaufen in Deckung gegangen. Und Gott sei Dank war hinter mir ein Abhang, in dem ich flüchten konnte. Ich wäre sonst längst tot. Haben Sie das alles der Polizei gemeldet? Ja, ich habe den Beamten das alles mitgeteilt. Sie waren auch sehr freundlich. Bloß haben Sie vielleicht nur oberflächlich gesucht. Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie nicht viel darüber gekommen. Wir haben das Waldstück schon genauer angeschaut. Wir haben kein Projektil gefunden. Man muss sagen, kein Vorwurf, dass Ihre Angaben leider sehr ungenau waren. Na, Frau Reingold? Ich habe Ihnen aber gesagt, dass es der Seiler war. Ja, und gegen den haben wir ja auch ermittelt. Und dem konnten wir überhaupt nichts nachweisen. Also muss man das Verfahren relativ schnell wieder einstellen. Gunnar Seiler hat zuerst Kerstin umgebracht. Und jetzt will er mich töten. Das weiß ich. Ich würde ganz gerne mal über was anderes reden mit Ihnen, Frau Reingold. Und zwar über ein Gespräch, das Sie mit dem Angeklagten geführt haben sollen. Ich weiß, was ich meine. Ja. Wann hat Ihnen das Gespräch stattgefunden? Das war ungefähr zwei Wochen, bevor Kerstin umgebracht wurde. Ich war in der Gärtnerei und wollte Gestäcke für mein Geschäftsjubiläum bestellen. Ja, und über was haben Sie beide gesprochen? Über Franks Ehe. Ich wollte einfach mal hören, wie es so zwischen Kerstin und ihm läuft. Und der Frank und ich, wir haben uns schon immer ganz gut verstanden. Und er sagte mir auch, er hätte auch vor einiger Zeit mit Kerstin eine Paartherapie begonnen und auch abgespürsen. Das weiß ich. Das hat Ihnen vorher schon mal gesagt gehabt, oder? Das wussten Sie zu dem Zeitpunkt. Und was hat er Ihnen denn erzählt, wie es um seine Ehe stand? Am Anfang ist das auch alles ganz gut gelaufen und die Therapie ist gut angeschlagen. Bloß nach einer gewissen Zeit haben sich dann wieder doch die alten Probleme eingestellt. Und wissen Sie, was für alte Probleme das waren? Die beiden, die haben einfach nicht zusammengepasst. Und dann waren sie fast 24 Stunden am Tag zusammen. Da sind die sich nur noch auf die Nerven gegangen. Ich verstehe das so, als wäre dann eine Trennung für meinen Mandanten überhaupt kein Problem gewesen. Das hat er mir auch gesagt und das habe ich ihm geglaubt, ja? Ja, dann hat er auch gar keinen Grund gehabt, seine Frau umzubringen, oder? Auf gar keinen Fall. Aber auch Ihnen beiden muss auch klar sein, dass es ein völliger Unterschied ist, ob ich feststellen muss, dass meine Ehe gescheitert ist, oder ob ich feststellen muss, dass ich seit Monaten hintergangen und betrogen worden bin. Und so war es hier. Der Angeklagte hat letztlich seine Frau mit ihrem Noch-Ehemann, Frau Reingold, im Bett in Vergranti erwischt. Und dann ist er durchgedreht. Dann sind ihm die Sicherungen durchgebrannt. Sie sehen das falsch. Ich denke, ich sehe das ganz, ganz richtig. Es geht hier nicht um Kerstin und auch nicht um Frank. Es geht ganz allein um Gunnar Seiler. Und dass er die ganze Zeit versucht, an das Geld meiner Tante ranzukommen. Er hat sogar meine Tante gegen unsere Familie aufgehetzt. Gegen mich, gegen Benji und auch gegen Kerstin. Aber im Testament hat Ihre Tante sie trotzdem bedacht. Genau. Gunnar Seiler bekommt auch nur einen Teil. Aber das reicht ihm nicht. Er will das ganze Geld. Ihm läuft nämlich jetzt die Zeit weg. Wie meint Sie, dass die Zeit läuft weg? Meine Tante ist vor ein paar Wochen noch im Krankenhaus gewesen. Und vor zwei Tagen wurde sie in ein Hospiz verlegt. Das bedeutet, dass meine Tante nicht mehr länger zu leben hat. Und das bedeutet aber auch für den Herrn Seiler, dass ihm jetzt die Zeit wegläuft. Er will das ganze Geld. Sonst hätte er ja nicht versucht, mich heute auf der Landstraße voller Fahrbahn abzudrängeln. Sie müssen jetzt unbedingt was tun. Ja, wir tun auch was. Wir reden jetzt mal mit dem Herrn Seiler. Gibt es denn noch Fragen an die Frau? Keine, keine. Danke, da dürfen Sie den Platz nehmen. Gunnar Seiler, bitte schön. Die Zeugin bleibt unverheiligt. thể Vielen Dank. Vielen Dank.